So, damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy XII. Ich habe mir rausgesucht, wer den... Okay, was auch immer Schneefangen ist. Ich habe mir rausgesucht, wer den Damaskus-Stahl droppt. Falls ich jetzt hier den Gegner wirklich final erledigt haben sollte. Es gibt nämlich noch andere Gegner und Exoten, die das Zeug dort haben. Ich gehe jetzt mal hier unten ran. Für den Gebietswechsel. Vielleicht hilft es ja schon beim Respawn. Okay, jetzt sind es noch wieder normale Gegner. Das ist schon mal gut. Ich bin weg mit euch geritten. Und raus. Nein. Aber jetzt raus. So, und wieder zurück. Da müsste ja der Schafrichter wieder da sein. Dieser aber nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Nein. 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 In Zweifel müssen wir halt wirklich die Gegner aus der Zerobi-Steppe farmen, weil da gibt es auch Exoten, die man farmen kann, bei denen man das angeblich auch klauen kann. Ja, ne, ich habe es verkackt, glaube ich. Dann gehe ich so schnell wie möglich zum Teleport-Kristall zurück. Auch bald hier drauf eigentlich weiterspielen. Ich erinnere seinen Gamut mal wieder. Hier läuft es hoch, nach Boomer Satchel müssen wir zurück. Ich werde auch während des Grinds die vierfache Geschwindigkeit anbehalten. Damit wenigstens die Wege und alles ein bisschen abgekürzt sind. So, wo haben wir die Zerobi-Steppe? Nirgendwo. Er ist ja herrlich. Basenheim, genau da wollten wir hin. Ist das recht weit unten? Genau, da. Okay, und Zerobi-Steppe ist da. Wer ist denn hier? Ja. Zerobi-Steppe Weges-Scheide. Da oben zwischen den Bünden soll Emot erscheinen und von dem kann man mit seltener Wahrscheinlichkeit das Ding klauen. Das Herz. Das ist schon ein harter Grind. Ich weiß gar nicht mit welcher Wahrscheinlichkeit man das von ihm klauen kann. Ich glaube 3% oder so. Da wird es halt auch wieder so ein sehr sehr elendiger Grind. Wer hat gerade ein Level erhalten? Ich oder? Ja. Ja nichts anderes haben die Qual hier verdient. So ein Gegner ohne Qualität. Da fängt schon wieder da an. Der Gegner zu kämpfen ist ja auch ne Qual. Ja. 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 Oh ja, dann halt ich einmal komplett durch. Ach, da rechts ist der Weg nach draußen. Nehmen wir es rein, weil er gerade schon wieder so legendär verwirrt. So, einmal speichern. Und weiter geht's. Oh, erscheint nur einmal. Mit 40% Wahrscheinlichkeit an der Machete. Oh ja. Oh ja. Hat ein Stück Damascus Stahl geklaut. Sehr schön. Dann kannst du jetzt auch kämpfen. Das Trauersignal. Okay. Dann haben wir den erledigt. Daedalus oder Venus Gaara. Das ist es nicht. Ähm. Okay. FF12. Venus Gaara. Hab ich die nicht neulich mal besiegt? Das ist ein Boss. Miriam stillschreiben. Hm. Okay. Den habe ich schon mal weggehauen. Aber. Aber. Reicht nicht sogar schon zwei von diesen. Ne. Schade. dann. Dann. FF12. Daedalus. Äh. Ist auch ein Boss. Wächterstattung. Tor des Wassers in Giravagon. Na toll. Wie soll ich jetzt an dieses bekackte Damaskussarzt kommen? Buhne Gegner im Richtfeuer finden von Ridorana. FF12. Ete Fun. Das ist das? Buhne. Dieser kleine Gegner. Buhne FF12. Ptaros. Region Jagd-Naldoa, das Möjerva, das Barfenheim und das Lidlwana. Da muss ich von Barfenheim weitermachen. Schafrichter. 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 Also da steht nicht bei, dass der nur einmal erscheint. also müsste der jetzt nicht mehr bekommen 11 dann gehe ich noch mal in Paramina schluchten und versuche den Schafrichter zu fahren wie ich halt alles mit dem Messer hier weg mache ist schon ein bisschen übel ich liebe das Ding ja 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 ich muss mich dann auch mal tatsächlich darum kümmert dass sie drei Zuschenre written äh, Final Fantasy 3 sag ich schon, äh, Assassin's Creed 3. Die Folgen nehmen echt extrem viel Speicherplatz. Dann bin ich schon mal vorbereitet für den Tag, an dem... äh, Syndicate... Ich bin auch schon so ein Legendär verstrahlt. Liberation... Ausläufe. Theoretisch müsste es ja jetzt reichen, einfach die Bid zu wechseln, ne? Ja, tatsächlich klingt es auch. Ja, tatsächlich klingt es auch. Na dann, Stück Damaskus Stahl. Sehr schön. Ach, das... So, weg mal hier. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir den Damaskus Stahl, Hadesflamme. Äh, normaler Gegner, seltener Drop von Kerberos. Verwunschener Wald, Bewusstseinsstrüme Pfade. Äh, übrigens, ich glaube dir. Aber bei manchen Gegnern waren schon... ...kleine Fehler. Deswegen... ...durch einfach nur... ...erscheinend mit 40% Wahrscheinlichkeit eines... ...anstelle eines Tages. Äh, ich will einfach nur sicher gehen, dass ich zum richtigen Ort gehe. Ich glaube dir, dass du es richtig rausgeschrieben hast. Ich glaube dir, dass du es richtig recherchiert hast. Oder weißt. Ähm, nur manchmal waren halt schon Fehler und ich bin an der falschen Stelle. Beziehungsweise stimmen im Internet auch gerne mal so hilfreiche Sachen... ...ähm, welche Konditionen ich direkt erfüllen muss. Deswegen... ...lese ich da gerne nochmal schnell nach für Gegner. Nimm es bitte nicht persönlich. Ha! Ja! Ha! Ja! Und jetzt sind wir... Oh, wir sind ja schon sehr weit in der heutigen Folge drin. Na gut. Dann... ...war es uns halt im Damaskusstahl. Und wir reisen in den... ...wat war es? ...verwunschenden Wald. Da unten. Golmo-Dschungel verwunschener Wald. Da. Golmo-Dschungel. Gut. Dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für Rollen. Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann... Og ciao, ciao. ...